Das Departement Kreuze ist das französische Departement mit der Ordnungsnummer 23. Es liegt im Zentrum des Landes in der Region. Aquitaine Limousine Poitou-Charotte und ist nach dem Fluss Kreuze benannt. Geografie Das Departement Kreuze grenzt im Norden an die Departements Indre und Scheer, im Nordosten an das Departement Alia, im Osten an das Departement Pouy-de-Dome, im Süden an das Departement Koritze sowie im Westen an das Departement Haute-Vienne. Das Departement liegt im Nordwesten des Zentralmassivs und reicht im Süden in das Plateau de Millivaches. Im Plateau de Millivaches entspringt auch die namensgebende Kreuze, die das Departement in nordwestlicher Richtung durchfließt. Bevölkerung Bevölkerungsentwicklung Die Einwohnerzahl im Departement ist seit Anfang der 1960er Jahre konstant rückläufig. Ursache hierfür ist neben der Abwanderung, die bis Mitte der 1970er Jahre verzeichnet wurde, eine deutlich unterdurchschnittliche Geburtenrate. Die konstant unterhalb der Sterblichkeit lag Städte. Die bevölkerungsreichsten Gemeinden des Departements Kreuze sind Verwaltungsgliederung. Das Departement Kreuze gliedert sich in zwei Arrondissements, 27 Kantone und 260 Gemeinden, siehe auch, Liste der Kantone im Departement Kreuze. Liste der Gemeinden im Departement Kreuze Wirtschaft Das Departement Kreuze ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Daneben stellt der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle dar.